Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages von der Winter. Heute der Ronaldo-Witz. Moment, ich sag mal was. Liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages, wie fast jeden Tag. Portugal ist er Europameister. Das ist echt ein Witz, so eine schlechte Mannschaft mit einem Europameister. Die hatten nur leichten Gegner und haben nie gewonnen in den Spielen, nur in der normalen Zeit. So ein Scheißler, der Ronaldo-Witz. Und zwar ist er von Gerwinter, grüße an Jepeng, hier einer aus Oelde. Und ihr könnt mich auch mit schicken über Facebook, meine normale Seite, nicht die beste Seite. Und der Ronaldo-Witz, der geht so, EM-Endspiel, Europameister Fußball-Endspiel 2016. Portugal, Frankreich, 25. Minute. Und dann wird gefoult und wird weinend mit der Trage nach draußen getragen. Der Nachricht ist aber Trainerbank neben dem Trainer und ist nun der Code-Trainer. Der Code-Trainer. Der Code-Trainer. Der Code-Trainer. Und mein Witz war, dass er der Code-Trainer ist. Und mein Witz war, dass er der Code-Trainer ist. Die Hundescheißer-Trainer. Okay, ciao, ciao. Wieder abonnieren. fiung. Herzog. ��